es geht was geht bin ich wieder ich habe gerade mit guter jungen telefoniert er sagt so ein bisschen muss noch durchziehen ich mache auch immer voll lange und so und er weiß gar nicht was ich hier durch mache mann er weiß gar nicht was ich hier durch mache hallo hallo ich will doch niemand was böses man doch niemandem was getan und ich will auch hier nur ein bisschen gucken man ich komme hier nicht raus man ich will doch nur hier ein bisschen gucken man ich will einfach ein bisschen gucken okay ne macht ja länger und so ne muss noch ein bisschen machen okay dann mache ich halt noch ein bisschen warum auch nicht warum ich man warum ich er zieht ja auch durch und so muss ich auch ich war ja lustig gemacht super warum auch nicht hallo 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 na klar die zwei typen seid ihr nicht schon genug warum auch nicht hallo guck nur ein bisschen ja guck nur ein bisschen ja hallo 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 imagen da hallo hallo Bakke 毒 ja nichts. Überhaupt nichts passiert. Überhaupt nichts. Das ist alles Friede-Freude-Eierkuchen hier. Ich darf auch nicht zurückgehen. Ich darf nicht zurückgehen. Ich habe gesagt, ich ziehe durch. Ich habe gesagt, ich habe mich lustig gemacht. Ist ja auch nichts. Unklar. Ich habe Zitteranfälle. Frag nicht, wie. Hallo? Ich mache nichts. Ich gucke nur, ja? Ich zähle mal noch da. Hey, Mann. Jesus. Allaim, typische Werte, meine Damen und Herren. Das waren eben, meine Damen und Herren. Mann, was soll das denn jedes Mal? Ich sage, ein Voodoo-Haus, ein Horror-Haus. Ist nicht schlimm. Das stellt sich nur an. Das stellt sich nur an. Jetzt habe ich den Salat davon. Ich will doch nur ein bisschen gucken, ja? Ich habe nichts dabei. Ich mache nichts. Ich gucke nur, ja? Ich gucke nur, ja? Ist okay? Hey, ist das jetzt doch eine nächste Gestalt oder was? Was soll das denn, Mann? Wie viele sind denn hier? Ich will nur ein bisschen gucken. Ja, was ist das denn? Mann. Ich gucke hier nur ein bisschen, ja? Ja, ich gucke mich nur hier ein bisschen um. Fluchtweg klappt auch nicht. Alles zu. Ich gucke hier nur ein bisschen. Ich gucke hier nur ein bisschen. Ich gucke hier nur ein bisschen, Mann. Ist ja nicht schlimm. Ne, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. warum sollte es dann auch schlimm sein warum macht man sich dann auch lustig ich mache mich wirklich nie wieder lustig super respekt genau so was ich will nur gucken ja ich mache auch nichts man ich muss ja noch durchziehen so noch durchhalten ich weiß nicht ob man das gerade gehört hat es klang gerade übertrieben weit weg hallo ich will nur gucken man ich mache doch gar nichts man die tür jetzt hierzu durch gucken macht er auch immer vielleicht gehen die weg vielleicht lassen mich wohl nicht einfach nur sage ich gucke ich gucke noch ja machen die auch nicht so respekt davor man ich bin so am zittern am ganzen körper guck mal leute ist ja nicht mein account ich mache das ja für den guten jungen ich bin nicht wieder hier oder jeweils und hier war ich schon hier war ich schon mal lass mich doch einfach gucken man der gute junge macht das ja auch guckt sich ja auch überall alles an ich habe mich dafür lustig gemacht ich tue doch niemandem was man ich kann nicht ich kann nicht gehen ich kann nicht gehen ich habe mich ja so lustig gemacht du guter jung Ari ist doch nichts stellt sich nur an und so überhaupt nichts ist da stellt sich nur an nichts ist da überhaupt nichts überhaupt nichts ist da ich muss doch hier noch irgendwo weiter gehen war das vorhin schon hier ich kann nicht schlagen ich kann da war einer da war hundertprozent einer man guter jung wenn du das siehst super voll leid super für dich ehrlich voll leid ich habe nichts gemacht ich habe meine späße gemacht ja gut ich habe ja perfekt ich habe meine späße gemacht ist voll in ordnung und so verfolgen die mich jetzt oder was warum denn warum 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 ich warum bitte man wenn die hier sind ich ziehe das durch ich gucke mir alles an ich mache das so wie er hallo ich bin nur 1,5 1,70 groß das sind 3 meter die riesen kann denn jemand so groß sein alter verstehe ich es nicht hallo ich habe dir überhaupt nichts getan ich habe dir überhaupt nichts getan kann man denn nur so sein kann man nur so sein ich verstehe es nicht hallo 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 und Ich weiß nicht, was mir gerade noch mehr Angst macht, dass ich nichts mehr höre. Oder wenn ich irgendwas höre. Hallo? Hallo? Guter Junge, es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich lustig gemacht habe. Ich habe riesen Respekt gerade davor. Hallo? Es war so klar, dass sie mich verfolgen. Es war so verdammt klar. Ich mache mich ehrlich nie wieder lustig. Nie wieder. Überhaupt nicht. Ich habe nichts gemacht. Hier ist alles noch, wie es war. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt komme ich da hinten weiter. Bitte nicht. Bitte. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich habe denen doch überhaupt nichts getan, Mann. Ich habe denen überhaupt nichts getan. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich muss da noch irgendwo... Hey! Das war doch noch nicht. Das war doch wirklich noch nicht. Hallo? Hallo? Ich fühl mich doch hier nur in Ruhr umsehen, bitte. Mann, wieso lassen die mich da nicht in Ruhr, man? Wieso lassen die mich da nicht in Ruhr? Ich hab denen nichts getan, man. Guter Junge, wenn du das siehst. Das ist nur eine Person. Ich hab nichts gemacht. Ich komm mir wirklich hinterher, Mann, ich komm mir wirklich hinterher. Warum, warum ich, warum bist du so, warum ich? Es war nur eine, was ist die andere? Ich hab nichts gemacht, bitte. Geh einfach, lass mich einfach in Ruhr, bitte. Wir haben nur eine Person, mir geht, was wir eingeschwärter? Ich komm, komm, warum, warum? Ich hab mich geholfen, was wir? Ich hab mich geholfen, was wir gehen, was wir gehen? Wir sind die Menschen, dass siehmeier, was ich Ich kann... Warte mal hier. Was ist denn das hier, Mann? Ich hör dich. Ich hör dich kaum. Ich hör dich kaum. Die sind da. Die sind da. Sie sind da. Allah'ım, ich fühle mich nicht. Allahum, könnte man etwas machen, Allahum. Lass mich nicht in Ruhe. Hallo? Lass mich doch einfach in Ruhe, Mann, bitte. Von hier bin ich nicht gekommen. Ich habe nichts getan, Mann. Ich habe nichts getan. Guter Junge, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Ich mache mich wirklich nie wieder lustig über dich, wirklich. Nie wieder. Todesrespekt davor ist. Was du machst? Nein, ich kann das nicht. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Nein, ich bin das. Ich will, geht es.